Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Let's play Dead by Daylight. So. Ich hab, ähm, Dailies mit Clodet und dass ich dreimal escapen muss. Ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich die, die Survivor-Dailies mache. Also mit Clodet und drei, ja, also drei Survivor vom Haken holen, naja, okay. Und dann noch zwei Items, jetzt, ja. Ja, und den Killer, ja, den werde ich danach mal schauen, vielleicht. Ja, dann, Bier Survivor. Und dann join wir mal in der Lobby. 15 Mac, 1 Clodet, 12 Clodet. Die 15 Mac will nicht bleiben, ja, dann sollen sie rausgehen. Ja, guck mal, wir haben ja eine 12er Clodet und mich haben wir auch noch. Ja, läuft schon was. Der Killer ist auch schon Radieschen. Also ich muss, äh, drei Leute vom Haken holen und zwei Items mitnehmen. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob das funktioniert. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob das ist. Da vorne ist er. Im Haus war der gerade. Was ich ja richtig arschig fände, wäre... Wenn man die Daily hat, jemanden vom Hacken zu holen und dann extra Scheiße macht. Tja, ich bin hier schon. Ja, ich kann mich selbst nicht vom Hacken holen. Und mich wird auch keiner von Hacken holen. Ja, ich bin hier. Ja, ich bin hier. Ja, ich bin hier. Ich werde keinen vom Hacken holen können und ich werde auch keine 300.000 Euro mitnehmen. Und es wird ein Camperkiller sein. Deswegen versuche ich erst wenigstens wieder rauszunehmen. Weil mich sowieso keiner retten wird. Ja, ich bin hier. Es ist halt jeder sich selbst der Nächste. Okay, gibt es hier noch irgendwo was? Ich brauche eine Truhe. Ich brauche eine Truhe. Ich will noch eine Truhe looten. Ich bin hierher. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Mir ist es jetzt sowas von egal gerade. Schaut er mich doch wieder an den Haken hin. Der Rest macht hier eh nichts. Der Rest macht hier. 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 Bis dann. Tschüssi. 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 Tschüssi.